Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in unserem mini-römischen Reich, das aus einer Stadt, nämlich Rom, wie soll es anders sein, besteht. Und nördlich sehen wir schon hier dieses türkise Blau, dieses fiese Blau von V hindurchschimmern. Aber der Fluss soll ja Grenzfluss sein. So, bevor wir da oben weitermachen, habe ich eine Lösung für unser Holzüberschuss. Wir können hier nämlich nichts mehr bauen. Wir werden einfach schon mal diese Fischerei ausbauen. Das kostet einfach nur 200 Holz und dann ist das doch in Ordnung. Gut, dann habe ich gesehen, wir haben natürlich Erfahrung gewonnen. Klar, wir sind ja die Meister der Erfahrung und insofern werden wir das nutzen. Ich glaube, ich werde ganz klassisch wieder hier weitermachen mit dem Medic, was plus 10% Verteidigung bringt. Und dann gehen wir weiter vor gegen das Lager hier. Ich glaube, mehr ist jetzt gar nichts zu tun. So, ich werde jetzt mal aufpassen. Wieso stehen die hier rum? Ihr sollt doch bitte dorthin. Genau, die Sklaven sollen dorthin und die sollen in den Weinstock gehen. Der Weinstock ist für uns wichtig, weil wir dort ziemlich viel produzieren. Ah, hier steht es nicht, wie man... Das sehen wir dann erst später. Da produzieren wir nämlich auch Gold. Warum bleiben die hier alle stehen? So, mal gucken, was uns jetzt hier im Barbarenlager erwartet. Ah ja, die nächsten Barbaren. Wer hätte es gedacht? Und jetzt versuche ich nochmal hier mit beiden separat hier anzugreifen. Und ich werde mal schauen, ob sie jetzt in den Fernkampf gehen. Aber es kann sein, dass sie nicht mehr in den Fernkampf gehen. Denn, klar, wenn es schon einen Nahkampf gibt, das wird der Grund sein. Insofern ist die Frage, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Ach, ist ja auch egal. Leute, jetzt greift da mal mit an. Irgendwie wollen die nicht. Ach, das... Oh Gott, ich bin ja auch ein Dummi. Das sind ja die Arbeiter. Ich wollte hier schon mit den armen Arbeitern angreifen. Und die Leves in den Weinstock schicken. Das kann doch nicht wahr sein. Na, jetzt sind wir ein bisschen in Unterzahl. Ich hoffe, die Arbeiter werden nicht beschädigt. So, und wir haben uns unseren Ansturm versaut. Aber immerhin schießen die Leves jetzt von hinten. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt werfen sie da hinein. Das scheint auch zu helfen. Denn unsere Freunde sind schon ziemlich weit. Wir werden hier nebenbei Uni. Die müssen da in den Kampfbereich gehen. Dann können wir noch nicht uns um den Weinstock kümmern. So, die Moral der Gegner ist schon am Boden. Sehr gut. Wir können hier weiter vorgehen. Und auch die müssen gleich weiter vorgehen. Das sind Fernkämpfer. Mit denen sollten wir überhaupt gar keine Probleme haben. Die Sklaven fliehen allerdings. Oder die potenziellen Sklaven. Noch sind sie keine Sklaven. Fliehen in ihr Lager. Aber wir sind ja wirklich sehr, 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 sehr stark. Wie man sieht. Jetzt versuchen wir mit denen die Sklaven zu holen. Und die marschieren dann gleich wieder nach vorne. Und jetzt können wir endlich in den Weinstock gehen. Wie sieht es hier aus? Oh, die Farm ist schon besetzt. Aber noch nicht angeschlossen. Das wird ja Zeit. Prima. Haben wir irgendwo Erfahrung gewonnen? Nee, noch nicht. Ja, aber wir haben Sklaven gewonnen. Und die tun wir hier noch rein. Und jetzt gucken wir mal. Ob da noch jemand ist und auf uns wartet. Oder ob wir das Lager... Nein, wir können das Lager einfach so angreifen. So, und jetzt ist immer so die spannende Frage. Besetzt man das Lager oder nicht? Ich bin fast der Meinung, in diesem Falle würde ich es nicht besetzen. Weil es kostet ja verdammt viel Geld. Aus dem Grund, wenn ich das System richtig verstanden habe, ist dort, wo kein Fog of War ist, dort wird kein neues Lager von Räubern entstehen. Und da wir hier jetzt den Weinstock besetzt haben und eigentlich ziemlich nah am Einflussbereich unserer Stadt sind, auch für die Mine gilt das, können wir hier uns positionieren, sicher mit Einheiten und eigentlich diese drei Ressourcen ganz gut verteidigen, ohne ein Lager. Insofern werde ich jetzt das Lager zerstören. Das mache ich aber, will ich gerne nur mit den Sperrleuten machen. Die anderen sollen ein bisschen erkunden, denn wir sollen ja erkunden. Also ihr zerstört mal und ihr anderen geht mal einmal in die nächste Region Lushern, was wir da so sehen. Und ich sehe, die können auch, die können nochmal, boah, die haben jetzt schon wieder 1000, die Sperrleute. Verdammt, die wären ja echt schnell richtig gut. Und bei 1000 sind wir schon in diesem hübschen Bereich und wir werden dann jetzt plus 15 Moral oder plus 12% Damage. Ich glaube, wir nehmen nochmal plus 15 Moral. Supergut. Okay, dann geht's weiter. Da ist das Capturing. Das ist okay. Wie weit sind wir hier? Warum haben die keine Ressourcen? Okay. Gut, der sagt uns, dass wir zu weit gegangen sind, dass sie keine, kein Essen mehr haben. Das ist natürlich schlecht. Welche Einheit betrifft das denn jetzt? Wieso? Die haben doch noch 25 und die haben 26. Keine Ahnung, was jetzt damit gemeint war. Wieso haben die kein Holz? Was ist denn hier los? Sind bei 61%. Hier muss doch Holz ohne Ende sein. Gucken wir uns mal die Holzkarte an. Sie kommt aber, es kommt in Bewegung. Das ist nur so ein kurzzeitiges Problemchen, glaube ich. So, also weiter hier. Haben wir die erste Region entdeckt? Nein, noch nicht. Doch jetzt. Oha. Die nächste Fraktion ist da. Nämlich die Samniten. Die Samniten sind gleich mit ihrer Stadt hier. Wow, so nah. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja hart. Das ist ja hart. Wir gucken uns mal kurz die Diplomatie an. Und wir sind natürlich, das ist in diesem Spiel so, wir sind mit den Samniten und auch mit, wir sind allen sofort im Krieg. Boah. Und die sind sowas von viel stärker als wir. Schaut euch das mal an. 753, das sind wir gegen 3.051 und wir gegen 3.208. Heftig. Super heftig. Da kann man nur sagen, oh verdammt. Und schnell wieder zurück. schnell wieder zurück in Richtung der Mine. Denn das muss jetzt unbedingt das nächste Ziel sein, nachdem wir dieses Lager hier erledigt haben. Und dann, also wenn die jetzt hier mit voller Pole angreifen, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also gegen gegen Norden in Richtung Wehi und Samniten müssen wir uns heftig verteidigen. Was übrigens dafür spricht, dass wir vielleicht doch hier ein Lager lassen. Aber wir können es immer noch bauen später. Wir wollen mal gucken, ob die jetzt hier aggressiv reagieren. Wir müssen ja eh hier in der Nähe bleiben, um diese drei Ressourcen zu betreuen. So. Oh, ich sehe gerade, das Weingut ist bereit. Wir können die Sklaven hier miteinander verbinden. Ach, das sind schon 20. Gut, dann tun wir die erstmal raus, damit wir wissen, wir haben hier noch was. Und wir können das gleich eigentlich upgraden. Und die Frage ist, ob wir gleich hier 400 Holz ist für den Anfang ziemlich fett. Wir werden diesen einfachen Upgrade erstmal machen. Das erscheint mir jetzt besser. Und unsere Stadt, die kann auch bald mal upgradet werden. Und schon haben wir Platz für neues Holz. Sehr gut. Warum sind wir interrupted? Weil ich das abgebrochen habe, unerhört. Dann helfen die erstmal noch hier. Die Sklaven gehen da raus. Warum seid ihr nicht angeschlossen? Klar, ihr müsst doch angeschlossen sein. Ach, der zeigt nur Nowhere to Stockpile, weil Nahrung voll ist. Ist der Nahrung voll? Ne, ist er eigentlich nicht voll. Verstehe ich nicht ganz. Okay. Wir haben das Ding zerstört und jetzt geht es so schnell wie möglich hier in Richtung dieses Lagers und jetzt... Nein, kommen jetzt schon die Gegner? Nein, sie gehen in andere Richtung. Oh Gott, die sehen ja lustig aus. Die haben ja so einen Kochtopf auf dem... auf dem Kopf. Wir werden auf jeden Fall nochmal Arbeiter brauchen, um die Mine zu besetzen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und die Sklaven kommen hier rein. Gut. Ganz schön bedrohlich da diese Gegner schon zu sehen, muss ich mal so sagen. So, jetzt bleibt mal bitte hier ein bisschen im Hintergrund. Ihr seid die Fernkämpfer und wir sind die Nahkämpfer. Ihr geht zuerst los. Oh, das dauert etwas. Die kommen aber fix an, die Freunde. Wir ziehen uns mal ein bisschen mit den Fernkämpfern zurück. Nee, die bleiben stehen. Dann greifen wir an. Und mit den Sperrkämpfern greifen wir auch schon an. Wow, die haben aber eine gute Reichweite. Krass. Aber sie ziehen sich zurück. Logisch. Wir haben hier drei Einheiten. Oh, vier Einheiten sogar. Oh, das wird aber hart. Jetzt heißt es, jetzt wird sich zeigen, was wir drauf haben. Nein. Was macht ihr denn jetzt hier? Ihr seid auch viel zu weit mit vorne. Ich muss das kurz mal abbrechen. Nein, 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 nicht. Uah. Okay, das beginnt schon mal richtig doof, dass unsere Fernkämpfer jetzt hier in den Nahkampf verwickelt sind. Das war nicht die Absicht. Aber wir sind sehr schnell dabei, Erfolge zu erzielen. So, gut. Jetzt schnell weiter. Boah, das sind viele Fernkämpfer. Das ist bitter. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, uns fokussieren. Sklaven sind jetzt uninteressant. Und wir haben hier Erfahrung. Das müssen wir unbedingt nutzen. Ach, ne, hier. Die Levis. Da werden wir, was machen wir mit denen? Wir werden, glaube ich, auch hier erst mal... Hm. Obwohl, für diese Fernkämpfer braucht man da Defensive. ich würde sagen, eher nicht, ne? Eher nicht. Dann werden wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Trainer. Ne, wir werden warten, bis wir die nächste Stufe haben können. So. Freunde. Hier sollt ihr angreifen. Und der Charge war erfolgreich. Unsere Sperrleute sind natürlich die absolute Bank. Die nächste Region ist erkundet. Das gibt auch nochmal XP für die Einheiten. Das ist ja super. Oh, aber die sehen verdammt schlecht aus. Müssen wir uns möglicherweise zurückziehen. Die haben auf jeden Fall jetzt 1000. Jetzt können wir hier was tun. Marksman. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das nehme ich jetzt mal. Und ich frage mich, ob wir uns hier möglicherweise mit denen zurückziehen sollten. Oder vielleicht mal hier erst mal rüber gehen, um aus der Reichweite rauszukommen. Der Sperrleute. Oder wir erledigen hier erst mal die Sklaven. Das wäre vielleicht auch eine Glücklichkeit. Offenbar können die Sperrleute dieses gegnerische Feuer sehr, sehr gut tragen. So, wir haben hier schon Sklaven. Die schicken wir auch nochmal hier hin. Und die Arbeiter müssen noch langsam fertig sein. Die habe ich ja ganz vergessen. Die kommen hier direkt schon mal in die Mine rein. So, unsere Sperrleute. Ihr seid unser Wichtigster. Unsere Wichtigsten überhaupt. Und damit gehen wir jetzt gegen die Nächsten. Ja, das scheint aber doch ganz gut zu funktionieren hier. Oder gehen wir erst mal gegen die hier unten. Und ihr auch. So. Puh. Schön reingecharged. Sehr gut. Von hinten kommt noch ein bisschen Unterstützungsfeuer, obwohl sie jetzt auch verlieren. Möglicherweise, weil von hinten das Feuer der Gegner kommt. Aber das war jetzt irgendwie nicht so richtig zu vermeiden. Aber wir haben trotzdem schon, wir haben sie schon in die Knie gezwungen und hier sind dann die Nächsten dran. Und auch hier wirken wir noch unterstützend mit. Oder wollen wir hier schon uns um die Sklaven kümmern? Ja, machen wir das mal. Wir werfen nochmal schnell einen Speer ab und dann sind die Sklaven dran. Okay, das haben wir wohl gewonnen. Sieht ganz gut aus. Die Sklaven sind hier auch unsere, sind zwar nur sehr, sehr wenige. Ich glaube, na, da brauchen wir sie nicht mehr. Insofern, obwohl wir können sie eigentlich gleich schon hierfür verwenden. Das ist unser nächstes Ziel. Gut, und ihr Lieben, ihr werdet euch gleich hier um diese, um dieses Räuberlager kümmern. Ne, ich will es, ich will es zerstören. Ach, wisst ihr was? Ich habe, ich habe das hier oben ja gar nicht zerstört. Da ist mir schon wieder ein kleiner Irrtum unterlaufen, aber vielleicht soll das so sein. Ich frage mich übrigens, warum zeigt er mir hier immerzu an? Nowhere to stockpile und hier auch. Wir sind, ach, wir sind voll. Natürlich, wir sind voll und wir können aber ausbauen und damit haben wir auch ich weiß nicht, nee, haben wir nicht, aber auf jeden Fall werden wir ausbauen und danach können wir irgendein Gebäude bauen. Tja, liebe Freunde, soll das jetzt so ein bisschen ein Fingerzeig des Himmels sein, dass ich dieses Lager irrtümlich hier stehen gelassen habe, um mir anzusagen, es wäre vielleicht doch besser zum Schutz gegen den Norden. die haben sich da schon befestigt. Puyuyui. Auf jeden Fall ist es erstmal ein Angriffsziel, dass man sich auch zurückziehen kann, im Zweifel. Wir können es im Moment ja ganz gut leisten. Minus 15 kostet das. Ah, ich bin mir so sicher, wir lassen es erstmal, wir lassen es erstmal, weil das werden wir kaputt machen. Das werden wir kaputt machen, das brauchen wir nicht und ihr zieht euch jetzt erstmal in heimisches Territorium zurück und bekommt mal wieder ein bisschen Soldaten dazu. Das ist dringend nötig. So, die Mine wird jetzt sehr schön, die Mine wird belegt. Das ist der ganz wichtige nächste Schritt, um richtig Geld zu verdienen. Wir müssen noch weitere Regionen erkunden und jetzt aber erstmal hinterher, hinter den Sklaven. Ich hoffe, wir kriegen sie. Ja, die sind schnell, aber sie bleiben stehen, vermutlich, weil sie kein Ziel mehr haben. Wir werden jetzt nochmal hier rein marschieren, um die nächste Region zu kriegen und mit denen gehen wir auch mal hier unten hin. Gut, und die Mine ist unsere. Das ist richtig gut. Damit haben wir jetzt auch einen Weg und jetzt müssen wir überlegen, jetzt müssen wir überlegen, können wir uns das schon leisten, gleich den großen, das große Upgrade hier zu machen. Das ist die spannende Frage. Wir haben, ich gucke mal, wie unser Holzstand ist, wir haben im Moment 146, das ist ziemlich wenig. Insofern werde ich das nicht machen, weil es dauert ewig. Wir werden erst diese kleine Stufe. Wir fangen, nein, ich habe Palisade gemacht, nee, ich habe nicht Palisade gemacht. Wir fangen klein und bescheiden an, liebe Freunde. Leute. Okay. So, die hat auch, boah, was hat die denn wieder für Erfahrung? 1738, heftig. Wir werden mal gleich machen Nahkampfschaden und den Rest sparen wir uns auf und wir gehen mal ein bisschen noch weiter hier, um die nächste Region zu entdecken. Ich hoffe, das nehmen unsere Nachbarn uns nicht als aggressiven Akt übel. Warum zeigt die Mine an, dass sie nicht angeschlossen ist? Nowhere to stockpile, du musst doch nur, du musst doch nur Geld. Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil sie auf der Suche nach Holz ist. Vermutlich soll das das anzeigen. Irgendwie scheint das hier keine Region zu sein, verstehe ich zwar nicht. Ein von drei. Dann ist es eben so. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück und erkunden hier unten weiter. Oder vielleicht kommen wir hier südlich in eine neue Region rein. Ist zwar jetzt ein bisschen riskant, so weit vorzugehen, aber wir wollen auch erstmal die Quest erledigen und euch können wir auch weiter südlich bewegen, hier vielleicht Richtung Ostjahr. Wir kennen jetzt schon Ostjahr und wie die Städte heißen, wissen wir noch nicht. Karsioli. Oh, und hier ist die nächste Mine. Aber das ist natürlich Gebiet der Karsioli. Nein, das ist hier drinnen. Das ist ja schön. Das ist hier auch von der Seite geschützt, aber hier unten geht es weiter. Aber trotzdem, die Mine ist natürlich hochgradig interessant, aber nicht fisch. Achso, ja. Ich habe es ja schon verstanden, warum das Zeichen angezeigt wird. Die Mine ist hochgradig interessant und ich glaube, ich werde mal es riskieren und da den nächsten 76 haben wir, den nächsten Arbeiter auszubilden, der dort in die Mine reingeht. Wir versuchen mal hier eine neue Region zu erkunden und möglicherweise ist der Moment gekommen, wo wir auch mal schon die nächste Einheit ausbilden müssen. Warum zählt das nicht als neue Region hier? Das verstehe ich nicht. Ah, man kann hier rüber. ist doch alles unerkanntes Land, oder? Okay, jetzt kommt diese nächste große Quest. Die kennen wir schon, dass unsere Latina-Fraktion zerstritten ist und dass wir sie zusammenführen können und dafür eben diese verschiedenen Quests erfüllen müssen. Und wir haben auch eine erste Aufgabe bekommen. Erstmal sollen wir Ostia Lanuvium Karsioli besuchen, Analia und schon ein Räuberlager. Wo ist das? Hier ist das. Okay, also da, wo wir gerade hingehen. Okay, und Ostia wissen, wer das ist. Lanuvium ist hier. Das können wir gleich besuchen. Karsioli ist da oben. Haben wir doch quasi schon besucht. und Analia ist weiter entfernt. Gut, da brauchen wir noch etwas. Aha, und das ist das Räuberlager. Da ist schon die Frage, ob wir mit unserer grandiosen Einheit, die aber jetzt kaum noch Essen hat und auch schon angeschlagen ist, ob wir da möglicherweise schon gegen das Lager erfolgreich sein können. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, jetzt hier weiterzugehen, ehrlich gesagt. Liebe Freunde, ich gehe erstmal zurück. Wir werden erstmal hier oben diese Stadt besuchen, einen Teil der Quest erledigen und dann uns hier wieder auffrischen und dann vielleicht mit beiden Einheiten gegen das Lager gehen und in der Zwischenzeit versuchen, hier die Mine zu kriegen und außerdem genau, der Arbeit ist noch nicht fertig. Ja, und eigentlich sieht das ganz, ganz gut aus. Im Moment noch zumindest. Vielleicht müssen wir auch mal die nächste Armee bauen, das werden wir alles sehen in der nächsten Folge wahrscheinlich. Ich freue mich drauf, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.